Vorgehen im Umgang mit einem dominanten Beagle. Worauf Sie als Hundehalterin, Hundehalter achten sollten. 9 Schritte, dominantes Verhalten bei Hunden zu beenden. 1. Sie müssen ruhig sein. 2. Regeln und Grenzen setzen. 3. Erlauben Sie ihm nicht, das Bett oder Sofa zu betreten. 4. Der Hund muss für Dinge arbeiten, etwas tun. 5. Frist immer nach Ihren Mahlzeiten. 6. Stellen Sie sicher, dass er genug Bewegung bekommt. 7. Erzwingen Sie keine Zuneigung. 8. Gutes Verhalten immer belohnen. 9. Sie müssen der Rudelführer sein. Zusätzlich zu den oben beschriebenen 9 entscheidenden Schritten gibt es noch einige andere Faktoren, die Sie im Zusammenleben mit dominanten Hunden beachten müssen. Lesen Sie dazu viel mehr auf unserer Homepage mit ausführlichen Informationen, der Link ist in der Beschreibung unten. 10. Schilders Entschuldigen 10. Sie müssen der Gew beauty sein. 16. Sie müssen der Prall und tapped